Warum kann ich meine Waffe nicht ziehen? Bin ich passive? Weil wieder die Achterbeer angelt. Achso. Jetzt doch hin Digga! Endlich! Warte, ich muss kurz was machen. Nee, die will ich nicht sitzen. Dort sitzen mir die Arme so oben. Oh Mann. Für drei Tage bin ich jetzt gebannt. Also bin ich jetzt hier. Ich glaube den Heli. Okay. Während ich besoffen bin. Geil. Das Ding ist so übertrieben teuer. Ich glaube von dem zwei Versionen. Einmal die Version und eine Version wo der komplett aus Carbon ist. Ich glaube die Carbon ist so 3 Millionen. Irgendwann sind kein Hubschropp. Ich mach einfach. Aber Champagner. Ali, warum stimmst du dich? Die Hubschroppen sind so. Oh, 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 oh! Ey, du kackst ja wohl nicht mein Lack, ja. Ich steck aus. Ja, Alter. Ja klar habe ich Ali getötet. Hier, Ali, ich war das nicht. Leide wieder am Strand. Was? Na, das kann es nicht sein. Ne, sie ist nicht hier. Also sie ist noch auf der Hubschropp. Auf der Hubschropp. Auf der Hubschropp. Warum stimmst du dich jetzt? Da kommt ein Städt geflogen. Warum du dich stummst? Das ist auch ein Ding. Ja, der Jett tut mir eh nix. Ja, der Jett tut mir eh nix. Ja, der Jett tut mir eh nix. Das war das falsche. Kann ich ohne damit hinfliegen. Irgendwie auch umschustig. Der kommt direkt auf dich zugeflogen. Der kommt wirklich direkt auf dich zugeflogen. Der kommt wirklich direkt auf dich zugeflogen. Ich schieße doch schon auf die Hubschropp. Hahaha, wie schlecht. Dicke, die sind färben. Das ist auch gefickt. Ali, jetzt red mal wieder. Bitte. Warte, der spawnt bei dir. Ich versuch den zu töten. Oh nein, bitte ne. Doch, der ist bei mir gespawnt. Ich hab einen Antragschef von. Ich hab meine Dings nicht. Meine... Jetzt kommt noch ein Chat. Ich bin nicht wieder da. Hä, Dicke? Das ist schon wieder der Typ. Der ist aber im Casino. Das ist ja übelst nicht komisch. Was ist da los? Ja, ich mach eine Yacht dahin. Obwohl, hier liegt doch noch eine Lenkraketenmärkung und alles. Eigentlich hab ich überlegt, würde ich den Aura einfach verlassen, weil der von der PS5 mit Sieg zu spielen kann. Was ist denn irgendwo so? Ja, dann sag uns dann in den Lobbyers. Das ist ja wirklich komisch, Alter. Wer hat in seinem komischen Casino. Okay. Der ist ja gefühl die ganze Zeit auf Vader, ohne dass er irgendwie... halt eine Zeitbegrenzung hat. So, ich hab hier auch einen Yachter hingeladen. Bis wir nur in der Lobby gefunden haben. Ich bin wieder da. Redet alle wieder. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Keine Ahnung. Ja, okay. Was ist das denn im Lobby? Nee, noch nicht. Ja, wir warten. Wir können dann einfach rein. Ja, warte, warte. Ja, warte, warte. Nee, ich hab keine. Scheiße, wir müssen nochmal rein. Nee, lass ihn. Lass ihn am Strand, bitte. Bitte lass ihn am Strand. Nein, nein. Bitte. Ein irgendwo auf nem Berg. Ja, das schon. Ich bin auf nem Berg. Was ist denn jetzt los mit dir? Was ist denn jetzt los mit dir? Nix, ich guck YouTube. Du musst dich bestimmt mit nem Klitschern. Ich bestell mir jetzt Essen. Was bestell ich mir? Ich muss gucken. Ne Lieferante. Ne Lieferante. Ah, der Rest ist Leingeld im Braut. Das brauch ich nicht. Ah, zack. Das letzte Lobby gefunden. 15 Euro? Weil Mac jetzt ich bestell nicht bei mir. Ja, hier könntet ihr reinpassen. Was? Ja, hier könntet ihr reinpassen. Warum stürmst du dich denn? Ist doch egal ob die Vox sind. Mann, ich guck YouTube im Hintergrund. Und am Ende heult wieder einer Insel lang. Nee. So stummelt er auch da immer. Ja, Ex Loves Me ist wieder in der Lobby drinnen. Curry und Co. Ich bestell mir Curry. Äh, sollen wir dir bei drinnen? Ja? Dann mach ich das. Ich hab gar keine Lust mehr auf GTA. Ich glaub ich spiel gleich Rainbow. Och, Digga. Du kannst, du musst nicht mitspielen. Nix. Och Digga. Lass mich doch, hey. Wenn ich keinen Bock drauf hab, what the fuck. Ja. So, ich hab, ich ne, ich hab schon wieder Kleingeld, weil ich euch schränken kann, wenn ich nicht mal bei euch bin. Mach das nochmal und ich geh aus der Party raus, sonst ist das mein purer Ernst. Wer macht was denn? Meinst du mich? Ja, Max meint jetzt so machen zu müssen. Ach so. Unnötig. Ja stimmt es doch nicht. Das nervt aber auch nicht. Bleiben. Dann putzen wir was, satteln und gehen los. Cool, wir nehmen wir da mit. Dann nehmen wir uns die Mabel mit. Hm? Kenn ich schon. Und die Saba halt ihre Hälfte aus der Box. Gut. Kims Schwester Sally hilft uns beim Fertigmachen der beiden Stuten. Die kümmert sich um Mabel. Ich hole Saba aus der Box. Alle! Was ist das denn? Na? Welche Brotten sind? Alle! Nicht schlecht weitermacht, ne? Ich scheint das richtig zu genießen! Wie so ne Massage. Ja, ja, du scheinst es richtig zu genießen, ne? Ich geh zum. Kebappau ist. Ich bestell mir doch jetzt geht Deiner Bar. Oder? Eigentlich ist das wohl eh gehäuft. Die bieten nicht bei Deiner Ay.... Doch. Da war doch. Nee, egal. Effingham County Gefängnis, in Georgia. Alle! Pappe. Ein weißer Häftling legt sich mit einem schwarzen Arm. Briegel dir das Hirn aus deinem schwarzen Arm. Reicht jetzt. Dem Vortag haben Warnungen zwischen zwei rivalisiert. Es räuchte, bitte. Ja, dann darf ich mich stumm beim YouTube gucken. Gut, dann ist das ja geklärt. Ich hab's doch gar nichts gesagt. Max hat gesagt, du brauchst mich nicht dumm, wenn du YouTube guckst, ist egal. Dieses ein und ausgemachen, er hat immer das Kumpf, oder was für ein Geräusch ist. Pech. Okay. Ach nee, jetzt läuft sie wieder diese Dreckserie. Sushi ess ich nicht. 40 Euro mindestens bestellen. Willst du mich verlachsen? Wer hat ein... Der Griefe. Bestell mir auch mal was. Hab... ich hab immer noch... Geht nicht. Wie denn? Ich hab kein Geld auf dem Konto. Ich muss Bar zahlen. Indisches Restaurant. Bar. Was nehm ich, was nehm ich? Oh shit. Oh fuck. Ich hab doch nicht echt nichts gefunden. Ich bin in Cherries. Ah, nee, nee. Ich bin in Cherries. Ich bin in Cherries. Die sind doch ein Dusch da, ist wirklich riesig. Wer nicht reinkommt, liebt seine Familie nicht. Ich bin noch drüber. Ach, du meinst ins Penthouse? Ja. Was nehm ich noch? Boah, geil. Ne, ne, warte, dann nehme ich das raus. Ich habe noch schnell mal eine Bobuska umgezogen, beziehungsweise design geändert. Das sind richtig Sticks. Wie ist denn du hier? Das gleiche Design habe ich auch für meinen Penthouse. Die Automaten sind auch genau die gleichen. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, ja, alter. Ja, gut, eigentlich. Ich bin jetzt zu Hause. Ja, hier. Ach so. Na gut, die Lips liegen jetzt keine rum. Aber trotzdem. Ey, was willst du, verpüße dich, alter. Ja. Ja, genau. Oh, Digga. Kontrollerspack rum. So, jetzt. So, jetzt. Also, deswegen komme ich doch viel. Wie darfst du da reden noch? Ich glaube, der hat einen Anfall. Ich glaube, der hat einen Anfall. Gibt ihr irgendwelchen Essenslieferanten Trinkgeld? Ich bin mir unsicher, ob ich den Trinkgeld geben soll. Ja. 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 Ja, okay. Ein, zwei Euro. Ja, ne. Ich hätte es einfach 5 Euro gegeben. Ali, ich komme irgendwie nicht in deinen Hangar rein. Ich weiß nicht. Ich lag gerade schon die ganze Zeit. Was ist das? Ah, da hat sich das Aufgang. Das ist doch einfach nur ein schlechter Witz. Hey, was soll mir denn jetzt hier drinnen? Mach's ja nicht raus. Ich muss mir die Aufräumen machen. Da liegen immer das Lips drum. Mach's bei der Maul halten. Nee. Der Typ will dich, komme ich umbringen. Was ist der Heslon so nah an mir dran, dicker Bar? So sah ich auch immer aus. Wer denn? Wie meinst du? Meinst du mich? Digga, jetzt kommt er schon wieder hinterher mit seiner hässlichen Gesichtsbemalung. Nein, Spaß. Meinst du mich? Du meintest mich? Du meintest mich? Ich meinte Max. Ach so, ich dachte du meintest mich. Nein, ich meinte Max. Das war nur Spaß. Sagen sie alle, vom Ende. Egal, es rennt der Typ hier drin. Wie so ein Hund. Was? Wie? Oder der Controller. Komm mal hier rein. Ich lad noch. Ich weiß nicht, warum das so lange lädt. Ich hab auch keinen Bock mehr, dass es lädt. Ich geh mal rein. Geh mal rein. Geh mal rein. Geht nicht aus. Hey, die ist doch offen. Wir haben voll viele Erdbeeren. Geh mal rein. Warum? Hä? Guck auf Whatsapp. Ich glaub dir, dass sie offen ist, aber wir müssen zu. Guck auf Whatsapp. Wenn er jetzt ein Bild ist von so einer scheiß offenen Tür, geh schnell hin. Ja, dann geh heulen. Ist mir egal. Ja, ich glaub dir doch, dass sie offen ist. Ja, ich weiß, dass du es mir glaubst, aber deine Faulheit unterschütze ich nicht. Also öffne es einfach und fertig. Wahrscheinlich eine Faulheit, oder? Geil. Der neue Typ Junkie ist ein junges Mädchen aus der Mittelschicht. Ein junges Mädchen aus der Mittelschicht. Ach, sieger. Die sind Pringles. Warum hab ich davon nie was gesehen? Hä? Asozial, ja. Der Haushalt. Einfach zu einem Symbol geworden und es belastet dich. Ja, weil es zum Beispiel nicht gefährlich für andere, wenn... Wenn sie mich als Symboler kennen, weil ich selber noch auf der Suche bin nach meinem eigenen Symbol. Was für ein Symbol, Digga. Ja. Ali, da schaust du dir eigentlich grad wieder an. Gerade einmal 18 Jahren wird Sarah zur Killer. Was? Äh, steht hier auf Ding. Zur Killerin. Achso. Was schaust du dir grade an? Äh, Amerikas härtester Knast, äh, Knast hinter Gittern und so. Weltdoku. Knast, eine Kleinstadt hinter Gittern. Achso. Ja, verabelt dich. Boah, hier stinkt. Der Schnuller. Der Name hat sich irgendwie angetan, ne? Was? Der lässt den überall fallen, bei Gott. Die haben den jetzt nicht mitgenommen, weil die mich flaxen. Na, warum ist es üppig? Oh, hier ist es kalt. Da ist auf die gekommen, das Ding aufzureißen. Oh, mir, ich hab den Job. 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 Ganz schön clever. Ganz schön clever. In hier. Ich hab das, mir Ohrensack, ne? Ganz schön clever. Hrrr, wuhr, wuhr, waaau. Es gibt einfach immer noch Gefängnisse, wo Leute getötet werden. Leute, das ist voll sick, Mann. Also wenn sie jemanden umbauen haben, ist es verständlich. Hast du gerade gesagt, das ist voll sick, Mann? Das ist voll geil. Dass Leute umgebracht werden. Ja, das ist voll sick. Du willst Leute umbringen. Du weißt, ich bin noch live, Ali. So manche Leute würde ich umbringen. Sengi, Larissa, Sarah. Achso. Ja, klar. Ich hoffe, dieser Livestream wird irgendwer aus deiner Klasse sehen und wird ihn dann rumschicken. Es sind keine Leute aus meiner Klasse. Achso. Ich hoffe, irgendwelche Leute aus deiner näheren Umgebung sehen das. Hoffe ich auch. Hoffst du nicht? Doch, hoffe ich schon. Du denkst ja dann so scheiße. Gehst du jetzt mit zu deiner Cousin, keine Ahnung? Nein, die fangen gleich schon los. Ich bin nicht eine deutschen Läge. Ja, man nimmt die Hunde. Achso. Kannst du dein Maul halten? Ich hör meine Doku nicht. Ich bin nicht ein Gegner der Todesstrafe bin. Nö. Dies ist die Polunsky-Unit in Livingston, Texas. Ich hab ein Play bekommen. Womit bist du noch unzufriedener und willst in Zukunft besser werden? Sex. Ich bin nicht unzufrieden. Ähm. Jetzt steht das wohl nicht da. Meine Ordnung. Oh, geil. Ich bin unordentlich. Es geht eigentlich nicht. Es ist 300, die sind hier umgebracht. Da es in diesem Gefängnis kein sogenanntes Death House gibt. Ah. Oh, voll mein Fuß eingehauen. In dem die Insassen, die auf ihre Hinrichtung warten, sieht so aus wie dieser. Joseph Garcia. Ich hatte schriftlich... Warte. Der ihm seinen Ausweis zeigt, dann lässt er ihn raus. Auf die würde ich mich gern verlassen. Ich erinnere... Ich erinnere mich in diesem Traum... Ich erinnere mich in diesem Traum... Bin ich da? Bin ich gespawnt? Alter, hat das lange gedauert. Dein Spiel hat sich mittendrin ja auch aufgehauen. Kannst Glück haben, dass du überhaupt gespawnt bist. Kannst du dich bewegen? Warte. Ich bin halt auf Klo. Oh. Das ist übrigens sein Radfahrer. Guck mal sein hässliches Gesicht an und dann guck mal mein wunderschönes Gesicht an. Warte mal. Ich bin gespawnt. Irgendwie so manzweig war einfach. Zeig doch mal. Meins. Digga, Max, warum hast du schwarze Augen? Alles kann also. Ich hab auch schwarze Augen. Guck mir in meine Augen. Junge, ihr seht beide irgendwie komisch aus. Glase, glase? Nein, schwarz. Ich vertraue darauf, dass ich 99... Habt ihr gerade gesagt, glase, glase? Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ja, klar. Ah, okay, okay. Ach, du hast jetzt komplett Pellhaus gekauft, ne? Schön reingepayt in das Spiel hier. Ne, ich hab das alles erclitcht. Und er spielt, ja. Irgendwie so. Kauft euch mal das teuerste Getränk, bitte. Ja, ich hab irgendeine Aare. Ich bin zu V jetzt, äh... Travis ist wieder da. Travis. Travis, Travis, Travis. Ich kaufe mir den nicht. Ich hab nicht mal so viel Geld. Ja, das ist blöd, wenn man nicht mal genug Geld hat. Ich hab den Champagner auch so. Nee, jetzt nicht mehr. Bye. Ich bin zu... Ich hab 150.000. 155.000 Getongs. Wie kann ich die irgendwie rumtauschen, oder muss ich da vorne in die Kasse? Jetzt kauf dir mal den Champagner, bitte. Schatz. Digga, warum? Damit du sie voll spritzen kannst. Hab ich gerade schon. Spritze mich voll. Bitte, steh ich drauf. Leute. Ich hab so einen Quinch. Jetzt soll ich aber ein Meister. In Wirklichkeit steh ich da auch drauf. Richtig schön ins Gesicht rein. Nein, Spaß. Digga, wir haben live... Spaß. Warte. Soll ich beenden, ja? Nein. Wer ist denn das jetzt? Junge, was ist denn dein Ding, hä? Soll ich beenden? Soll ich beenden? Soll ich beenden? Digga, beende doch, wenn du keinen Bock mehr hast. Es kommt gleich. Oh ja. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hallo, nur auf mich. Digga. Du bist so schwul. Was hab ich im Gesicht? Digga. Ist in mir drinne. Okay. Jetzt kippst du tot um. Digga, festpasst. Ist doch der oder nicht? Oh, die LP, Digga. Hey, warum bist du nicht tot umgekippt? Ich bin dafür, wir gehen jetzt ein zu Blackjack und... Spielen ein bisschen. Mein Charakter war aber schon über 100 Mal betrunken. Hast du dir auch Blackjack drinne? Ne, oder? Nö, glaub nicht. Dann lass mal alle ins Runde gehen und ein bisschen, ne? Aber wir gehen an den Highlimit Tisch. Warte kurz. Ich hab schon genug in die Ferne wird reingesteckt. Junge, im Blackjack, ich hab vor uns 100.000 plus gemacht. Hundertfünf-tausend. Ich hab 3 mal 10.000 gewonnen, das hab ich dann alles wieder ausgegeben. Nö, nö, nö. Ich darf nicht gehen mit normalen Spielen. Äh, wie lang ich Badspot bin, äh... Wie lang bin ich denn jetzt? Nur noch 3 Tage irgendwas? 4 Tage oder 3 Tage. Ja, also 4 Tage war es gestern. Ich muss dann wieder Badspot versuchen. Also, ich, ich hab ja eh in den Handen. Kaios, nee. Ich bin durch mit dem Klitschen. Hab ich damals immer gemacht. Deswegen hab ich ja so viel. Gehabt. Ne, Ali? Hm. Ich hatte ja so viel. So, Leute, kommt her hier jetzt, ne? Ich bin jetzt einfach rausgegangen. Ich wollte... Junge, Alter, ich hab grad gesoffen. Nein, bin ich nicht. Das erinnert mich an die letzten... Ne, ich... Ich spawne gleich alle wieder im Penthouse. Keine Sorge. Ach, hast du jetzt gekauft extra den Tisch? Ja. Dann lass mal hingehen. Das hat nur eine Million gekostet. Ja, nur, ne? Diese eine Million, die hab ich nicht mal. Oh, ja, hier steht er. Guck mal. Ich weiß gar nicht, warum das so teuer ist wie dumm. Port fahren. Ich möchte Blade Jack spielen. Äh, lalalalalalalala. Kommt mal alle ran hier. Ist es der Heile mit? Kann man hier Heile mitmachen? Kann man hier und ja? Nein, der Wichser soll nicht mitspielen. Der ist hässlich. Das ist ein Hurensohn. Das ist ein Notenkind. Wer ist das denn überhaupt? Ey, guck, er geht doch. Badboy, kommt her jetzt. Ich spiele los, ne? Achso, ich kann schon Wettereinsatz machen. Ich gehe klein rein mit 5000. Okay. Setz ich. Wie hast du gesetzt? 3, nein, 3, nein. Du weißt, wie das geht, ne? Verlassen, der Typ. Uh, uh, 13. Oh, fuck, 17. Ich zieh noch eine Karte. Ja, 17 ist ganz gut. Ja. Wenn ich jetzt die Karte... 17, ich halte. Ich halte. Ich halte. Oh, scheiße. Äh, äh, karte. Ich würde nicht, wenn du 17... Doch, doch, ich darf nur nicht... Ich habe 21. Ich habe direkt 21. Ach, stimmt, wir müssen ja auf 21 kommen, ne? Nee, wir müssen noch... Bei mir steht trotzdem, dass ich verloren habe. Ja, wir müssen noch 19 kommen, nicht auf 21. Nein, auf 21. Ich habe keine Chipons. Ich weiß nicht mal, wie man das Spiel spielt, schreibt Spättsport. Du musst einfach so nah wie möglich... 11, ich habe 11. An die 21 kommen. Ich habe 9. Ich habe einen Blackjack. Ich habe 11. Ich habe jetzt schon gewonnen. 18. Vergiss es, ich habe gewonnen, ich habe schon Blackjack. Hallo. Ich hätte genauso noch Gewinn rausholen können. 2.500, wie geizig. Nee, du machst ja auch nur niedrige Einsätze. Hä, ich mache das Ganze. Ach, mehr... Nee, das Ganze, das ist bei mir 50.000. Ach so, ja, mach mal 50.000 plus. Nein, 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 ich will nicht so viel. Ich will erst mal ein bisschen plus machen jetzt hier. Ich habe 10. 5. Ich habe 20. Ich kann einpacken gehen. Was hast denn du so ein Glück? Was hast denn du so ein Glück? Hör auf, auf meine Puckis zu spritzen. Ja, du hast plus gemacht. 20 Jahre. Nein. Will die mich flachsen, die Alte? Was geht denn bei der? Die hat ja noch mehr Glück als wir. Eben hatte ich auch einen Blackjack, aber ich habe meine 1.000 wiederbekommen. Das ist das Gute daran. Ich mache jetzt so lange 5.000, bis ich wieder gewinne. Dann setze ich das Doppelte, also 10.000. Eine 10. Direkt am Anfang. Was will ich mehr? 14.000. 14.000. Gehe ich noch einmal mit und dann habe ich sie leicht. Jetzt habe ich 10. Du musst auf jeden Fall noch 1 oder 2 Karten, ne? Ja, ich weiß. Ich hoffe ja, dass ich noch eine 10 kriege. Ich habe schon verloren. Oh nein, warum mache ich denn halten? Wie dumm. Ich mache aus, was ich halten. Ja, 10.000. Achso stimmt, ich hatte perfekt 1.20. Warum? Ich habe 2.000 Joutons gewonnen. 5.000, warte mal. Was hattest du? Hast du auch 1.20? Nein. Aus, was ich halten gemacht. Das heißt, ich hatte nur 10. 10.000. Eine 10. Das fängt gut an, mit der ersten Karte. Ich habe 7. 19.000. 9.000. Wie hast du? Ich halte. Ich bin wieder nüchtern. Wie lange bist du Bestwirt auf dem Account? Du wurdest was gefragt. Habe ich da schon geantwortet, 4 Tage. Achso. Tut mir leid. Wir sind jetzt gleich, ne? Ich habe die Vorzüge überlegen. 20.000! Ja! Alles klar. Ich brauche mich mit. Okay, 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 ich gehe auf 30.000. Nee, auf 20. Auf 20. Komm, ich mache 5.000. Alter. Würde ich niemals machen. 9 habe ich. Ich habe eine 10. Oh, 12. Das ist eine Scheiße. 19. 19. Wow. 15 hast du. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. 19 hast du. Ich habe auch 19. Ich halte. Ich halte. Digga, fick. Bei 19 halte ich lieber. Geht's toll. Ja. Ja. Ja, 40.000! Junge! 10.000. Okay. Oh, geil! Das bockt, Junge! Das bockt! Ich gehe jetzt auf 25.000 hoch. Ich bin auf 10.000 hoch. Wenn du das jetzt verdienst, ne? Wenn du das jetzt verdienst, ne? Wenn ich jetzt... Nee, ich stehe jetzt. Ich stehe jetzt komplett wieder vor. Ich habe 10. Ich habe eine 5. 10. 10. Mit zwei Karten. Das ist eigentlich die relativ scheiße. Oh, fuck. Ich muss nochmal. Ich habe 14. Ich muss auch. Ich muss nochmal. 16. Halten, halten. 18. Ich halte. Wie viel hast du? 18. Ach, ja. Oh, Digga. Über. Jetzt habe ich 10.000 Minus gemacht. Mach nie. Ja! 50.000! Ja, du kannst mal auf uns ausrasten. Hallo. Glücksspieler. Da muss man sich freuen. Das ist nur ein Spiel. Soll ich hochgehen auf 50.000? Ja, mach mal. Okay. Ich sehe meinen Einsatz nicht. Ich sehe nicht, wie viel ich setze. Warum? Ich sehe nichts. Ich mache jetzt das. Was ist? Das ist ja gar nichts. 7.000 nur. Egal. Eine 10 habe ich. Eine 10? 20? Du hast auch 20. Oh, fuck. Fresse. So, jetzt setzt 50.000 los. Nee, jetzt ergibt meine Rechnung halt keinen Sinn mehr. Ja, ich mache 3.000 erstmal, damit ich eine gerade Zahl kriege. Danach mache ich 40. Eine 8. 12.000. Oh, 12. 14. 14. Fuck. Ich nehme noch mal. Ich nehme noch eine Karte. Fuck. Bist du über? Ich habe 20. Ja, ich habe 22. Fuck. Ich habe gewonnen. Dann, uh, uh. Du hast mehr... Gut. Was habe ich gesagt mache ich? 50.000 wolltest du machen. Warte. Pizza ist da. Essen ist da. Sind das 50.000, die du jetzt gemacht hast? Nein, das sind 30. 30.000. Oh, tegel. Hallo? Yo. Ach, wisst du was? Ich gebe einfach 3 Euro Trinkgeld. Ich habe mir nur gedacht. Da muss jetzt die Treppen laufen. 3 Euro sind zu wenig. Mann, deine Fresse. Du, 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 du... Minisens 10, ne? Hä? Minisens 10 Euro Trinkgeld, ne? Der würde sich bestimmt freuen. Ja. Also der würde sich bestimmt freuen, wenn du 10 Euro Trinkgeld gibst. Hier passt so. Danke. Danke schön. Danke. Ciao. Hab ich Plus gemacht? Ich konnte nichts zu machen. Warum hab ich 30.000 gesetzt? Fuck. Hab ich 19? Ich nehm noch ne Karte. Scheiße. Ich hab 40.000 plus. Hä? 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 Was hatte ich ihm für ne Zahl? Weiß ich nicht. Aber der Kurier hat über 21. Deswegen hast du gewonnen. Das ist einfach nur Lack gewesen. Ja, wir beide haben gewonnen. Aber ich hatte eh 19. Ne, 20. Ne, 20. Ich hatte auch nur 20 platziert. Mach ich nochmal. Mach ich nochmal. Oh, ich hab nen Lava Cake. Oh, ich hab schon mal 10. Brauche ich nur ne Queen und dann hab ich Black Cake. Oh, schade. 16. Oh, das ist ne Scheißzahl. Ich hab zwölf. Ich hab zwölf. Das ist echt ne voll geile Zahl. Das passt. Ich hab 21! Kann man das... Warum fühl ich das so? Ja, egal. Ich hab eh verkackt. Bin mir jetzt 21. Ja, war klar. Hä? Jaaa! Bist du jetzt einfach aufgestanden, ne? Ja. Ja. Hast du's aufgegeben? Nö. Wo ist Bettboi? Wo ist Bettboi? Wo ist Bettboi? Wo ist Bettboi? Ich bin ins Casinorad gegangen. Oh ja, lass mal Casinorad drehen gehen. Hab ich schon. Ich hab das Auto gewonnen. Stimmt, das Auto hab ich ja vor uns gewonnen. Das war da, wo du weg warst. LOL. Da hab ich gesagt, der Klitsch funktioniert bestimmt immer noch. Also dieser Bug oder was das da war, dass du ausnutzen konntest mit diesem Time und so. Okay, hab ich nicht mitbekommen. Ich komm gleich wieder. Okay, hab ich nicht mitbekommen. Ich bestimme nie wieder Nudeln bei Pizza Lieferanten. Was ist das? Schmeckt aber ganz okay. So. Aua. Au. Wollten. Hat mir von einem Bein wehgetan, aber schön, dass du fragst, was passiert ist und Max nicht. Was? Man versteht Max nicht. Ich hab auch nicht verstanden. Gut. Soll ich jetzt hier alleine weiter spielen? Nee, ich höre jetzt auch auf. 230.000. Damit bin ich zufrieden. Ja. Ja. Ich hab auch nicht mit RP. Brauch ich gar nicht mehr. Nützt mir eh nichts. Mein Level soll sich nicht mehr erhöhen, sonst wirds langsam hässlich. Hä? Wieso RP? Achso, hast du RP bekommen? Ja. Wie viel? 20? 15? 10? 2500. Haha. Was ist denn jetzt ein aktuelles Level? Hä? Das ist 662. Das höchste, was man kriegen kann, ist eh nur 15.000 XP. Ja, hab ich dir gesagt, oder? Oder hab ich 20? Ich hab 20 gesagt, ne? Ey, Max. Was? Schatz? Ja. Ach, vergess es. Bei so ne Antwort will ich gar nicht antworten. Nein, erinnere mich an meinem Pumpermann anreden. Machst du auch voll oft. Ja, will du nicht mal. Geh mich jetzt besaufen. Geht nicht. Dann geh ich mich jetzt verkaufen. Ja, okay. Oh, ne, ich stell mich hiermit zu. Hi, was geht? Ich bin Chantal. Mandy. Mandy, Chantal, Naturjoghurt und du? Ah, cooler Name. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir zu der Oma da hinten. Ach, ne, das ist ein Opa. Hier steht halt vor wie ein Opa im Casino. Süß. Hallo, Horst. Wie geht's? Wie steht's? Ich verfolg die ganze Zeit so ein Schwarzer. Hi, ne? Habt ihr gerade ein Date? Ich nicht. Ich nicht. Deswegen muss ich zu euch koin. Ja. Hi, was geht? Ich bin Ali Alsen. Digga, mich verfolgt irgend so ein Wichser. Spaß ist natürlich kein Wichser. Hi, du siehst aus wie eine Ute. Bist du eine Ute? Bestimmt, oder? Ah, ja. Du siehst aus wie eine Blackie. Liegt natürlich nicht daran, dass du schwarz bist. Ich bin immer noch da. Can you help me get money? Wir haben immer geschrieben Can you help me get money? Du siehst aus wie ein Taxifahrer. Ne, wie ein Limousinenfahrer. Fahr mich mal. Ich glaub dir bohrt jemand in der Nase. Lecker. Du siehst auch aus wie ein Blackhead. Bist du Blackhead? Hi, wie geht's? Ich hab auch ne Glatze. Ich hab auch ne Glatze. Irgendwann Barcode hat mir geschrieben Can you help me get money? Hi, na? Hast du schon Glück gehabt bei dem Glücksspiel? Nicht? Tja, Hauptfach. Möchte ich mir Gedanken machen. Also ich hatte mehr als Glück. Hi, na und was macht ihr drei hier? Oh Gott, das ist so rangschlarig für mich nicht mit dir unterhalten. Hi, hübsches Kleid. Hast du's auf dem Dschungel gepflückt? Auf dem Dschungel? Zockt aus dem Dschungel gepflückt. Die zockt auf ihrem Handy, aber man sieht einfach nur so ein Apple-Zeichen da drauf. Gute Qualität. Nee. Die Zockt auf Apple. Ja, hey, zockt einfach Apple, what the fuck. Die Menschmann zockt nicht Apple. Na, okay, schon weitergekommen in deinem Bickspiel. Kann deine Nase löcher sehen. Leuchtet sich Casino, um die Leute zu mobben. Hi-Fetter, was geht. Brauchst du nicht, brauche ich die Stehpause, weshalb ich den Boden setze? Na, guckt euch das aufschauen, könnt ihr euch eh niemals leisten. Bei mir steht ja kein Auto mehr, weil ich schon hab. Ich geh jetzt noch draus und der erste, der mich umbringt, dem schreibe ich, dass ein Vetter Hohenson ist. Egal wer? Ja, egal wer. Außer ihr halt. Obwohl doch auch, aber wenn du mich umbringst, hast du eh schlechte Karten. Warum? Wieso, was soll das heißen? Müsstest du damit sagen, ich bin schlecht? Ja. Okay. Okay. Wieso. Und jetzt mal. Ich bin echt nicht drin. Richtig. Aber ich bin natürlich nicht drin. Ich hab die Sachen. Okay. Oh, okay. Ich bin echt drin. Ich bin echt drin. Ich bin öfters. Spannung. Und ich bin echt drin. Besser als damals, aber der Väter, eigentlich der Parmesan, die, äh, ne? Guck mal hier unten, ne? Guck mal, wo ich davor stehe. Ich weiß. So, komm, Buschka. Wenn Gott mehr aufgeht, ja. Ach, digger. Der ist ja echt drin. Der ist selten Gottmode. Gottmode ist gepatcht, falls du mir in den Nachrichten nicht gelesen hast. Ach so, stimmt, ja. Du hast dir gestern nicht mal meine Audios angehört, alter. Ich stimme mich jetzt so lange, bis du sie dir angehört hast. Und du stimmst nicht dabei. Nein, warum? Der Fett sagt, der ist schon faul gewesen, das auseinander zu machen, ne? Ich Stripe ist sehr glücklich. Ich bin richtig glücklich. Da ist kein Grimm. Ich bin sehr glücklich, Frogner. Vielen Dank.